Das war ein Minimum, Leute. Hab ich! Ey! Oh! Ey, drin ist das immer Gag. Was? Daniel hat einfach nicht reagiert, Leute! Daniel, ich ein! Wir sind so hoch, oder wie? Digger, was hat... Warte, ich muss kurz rückwärts fangen. Ey, mein Boost! Da geht's. Reingehintet. Kommen wir uns in. Meine Welt zahlen vier Punkte. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ja, 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 mach, 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 mach. Ja! Nein! Und bam! Beine hast du? Hinter dir. Ich mach' ihn rein. Was? Nein! Also, wenn ich auch einmal die Sieghause vorstehe, ne? Oh, moi! Sehen wir uns wieder! Passt mir gut! Ey! FF! FF! Ey, nicht gucken wir uns raus. FF! FF! Wir gewinnen das! Okay, okay, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den. Achtung! Nicht da, Jungs. Schnell, du weiter? Wohin? Wohin? Wir gewinnen das, Jungs! Was macht ihr denn hier? Mein Gott! Digga, sammeln mal Punkte! Als Moll! Boah, ich hab's ungefähr das gleiche gemacht. FF! 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 Boah, ist er das krass! FF! FF! Werde, Pass! Hier, warte, ich mach ihn rein! Einen Moment! Keine Ahnung, wenn meine Mates mal nicht hundert Punkte weniger hätten! Ach, Mann! Mann, hat mir da einen Maul, Elangela! Oh, K2, wir machen! Ah, ich hab einen Zero-Boost, das ist gut! Ja, äh, lass mal aufhalle! Aua, aua, aua! Aua, aua! Ich hab's gemault! Fünf Autounfälle im Tor! Bist du Pass? Wir singen alle zusammen! Jenny, Jenny, Jenny! FF! FF! Hä! Haha, ja! Hat verkackt! Oh, oh! Eh! Eis! Ei, Mose! Sind wir trashi! Trio! Und Boom! Das Ben Brunca steht für Boom! Jetzt gehe ich mich, glaube ich, erheben! Aua! Geflippt! Ein in-hit und, ja, okay, schade, schade! schade schade und wendig flippt würd schön wir waren alle da noch irgendwie nicht da doch jetzt faszin warte weiter Digga, das Video kann ich nennen play til we win alles gut so wir machen nur ne Taktik 4-3-3 wir geht alle auf Spotify Ich hab gedacht, er hüttet ihn. Ich hab die Energie gebraucht. Das ist die Energie, die wir brauchen. So muss das. Egal welches ist, Hauptsache der Tor. Das ist die Energie gebraucht. Ach, Digga. So, jetzt hab ich, jetzt hab ich. Jungs, 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 jungs. Wieso kommt der so nahe, nahe, nahe. Ja, du hast Mahne. Was gut erfahrt, oder was? Ey, Mann! Ich mach gleich. Das kommt nicht rein, alles. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Der geht nicht, Bruder. Na doch. Ja, wenn da zwei Leute im Tor sind, dann geht der trotzdem nicht. Ey, da war aber keiner. Bist du denn geredet? Ja, ich hab's doch gesehen. Der Fall ist... Hast du einen Klick in der Optik? Ja. War's wirklich, oder? Ja. Ich hab' aber noch nichts. Wir schwingen zu dritten, das kann nicht gut gehen. Das ist doch ein bisschen so scheiße. Wir sind so eerie trash, das ist so schrecklich. Okay, hol mir. Ich will doch nur gewinnen! Fuck, dann wollte ich irgendwie besser hitten. Ey, nee, ne? Ohhhh! Hättest du ja haben können. Benne? Benne? BNE 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 BバイB !! !! 辣辣辣 !! ! easy da 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 nix bitte Jungs also du gehst nicht mehr schlafen heute Samit Samit schäffelt sich jetzt richtig den Arsch auf dass er pennen geht ich fahr ein bisschen rum will Demos läuten ey, warte, will Leute Demos läuten das sagt mir alles dein Gehirn ist euch gut da Bruder lass mich doch einfach schlafen ich kann nicht mehr kein Torjux ja was machst du denn auch so nix denn hätte ich nicht haben können wirklich nicht gg go next gg go next in rechts und da ist er der Serial Banjo mit Brenka dem Assist Brenka hat ihm richtig gut vorgelegt scheiße, das haben wir nur 16 Punkte Halt bitte die Fresse sonst komm ich rüber und schopfe sie dir wirklich gleich muss ich wieder callen wo ich bin dann ist eben ein Tor passiert denn rechts klasse ja man guck mal ich muss nur callen wo ich bin eben war auch so Samit hat auch endlich mal ein Assist geholt warum nein Samit ich hab keinen Boost dann mach doch was anderes ich hab den einen Bunk und ein Hattrick für The Real Banjo den besten Spieler auf dem Platz lag das vielleicht letzte Runde an jemand anderem das wir verloren haben man weiß es nicht lass mal zwei irgendwo uns machen ok die machen schon welche ja passt Oh ich bin so befreit verlierer doch alles gut mach Eigen-Tor lass ihn noch verlieren komm trau dich ok jetzt jetzt Eigen-Tor Backpass oh, oh, oh ohhh oh, ohhh twelve god Parour für The Real Banjo Vier Schüsse, vier Tore, Digga. Nochmal? Der geht nicht. Schade. Wollt's dich denn hin verschlagen, wortwörtlich? Fünfer Pack! Und damit ist das Ding auch durch. Ach, Gott, erlöse mich. Einmal strengt man sich an, Digga, und carried. Man merkt, die Stimmung war etwas angeschlagen. Und jetzt können wir das Play-Till-We-Lose beginnen. Boah, Nieser übersteuern immer so.